Verfügt über mich, Erleuchtete! Ihr wohnt bei einem alleinstehenden Mädchen. Sie ist der beste Mensch von Sechuan. Seid ihr die Erleuchteten? Mein Name ist Shen Tehich. Ich würde mich freuen, wenn ihr mit meiner Kammer Vorlieb nehmen wolltet. Sie bezahlen. Oder ich verklage Sie. Vetter! Ich bin der Vetter. Was weißt du eigentlich von Liebe? Alles! Nichts, Hure! Stoff wie Sonne! Nun, kleines Päckchen, Sie leben doch davon! Das ist alles, was ich brauche! Ich werde Ihnen niemals auch nur eine Prise geben. Was haben Sie zu antworten? Euer einstiger Befehl, gut zu sein und doch zu leben. Er zerriss mich! Gut sein zu anderen und zu mir, das konnte ich nicht zugleich!